der 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 ok der wir schmelzgewehr was haben wir noch hier ist aber auch die friarsäure die friarmordliebe sorry ich muss jetzt einmal wo ist es ich kann mein schmelzgewehr nicht spielen da unten, unten in die Ecke ja wie kann man da unten anklicken nur hier ach da oh jubbra okay so wait a second haben wir noch ahhh gezeckerbar egal geh hoch und komm nochmal voller Ahnung oh ok so und wenn ich jetzt irgendeinen höre der zu diesem sniper gewehr lehm sagt töd ich ihn mir fällt nämlich gerade was auf wir müssen noch Amiga-Modifikation an unseren neuen Waffen holen genau oh die Schock die haben wir da voll vergessen die wäre dann noch effektiver gewesen was habe ich in der Alpha? die Geschwindigkeit ähm wait a second I hate this now I become nothing bereitet euch darauf vor dass ich keine Erfahrung mehr bekommen werde so ab jetzt kann ich nämlich auch Schiffe zerstören oh oder auch nicht ich habe nämlich keine Ammo mehr normalerweise brauchen die genau fünf Schuss leider habe ich jetzt nur zu wenig gehabt ok shit happens das ist ungut ich brauche Munition ich habe hier gerade ein bisschen zu tun was machst du denn da hinten so lange ich hatte zu tun mich haben ein paar Leute angegriffen bei du übertreibst ups ah shit ok vorführeffekt ja ich habe auch einmal ein komisches Schmelzgewehr ja ich habe mich schon gewundert warum ich auch meine Waffe vor allem nicht mal hatte mit hoffen real pf ich habe dieこと ich hatte Deutschland damal Si was soll das denn NUH Ey 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 Ich schuhle meine Flugzeug Shit happens NUH FÜHNNÜH Nicht genügend Schuss Spar ich mir Jetzt weißt du was Nicht alles mit讲 Schmerzgewehr N trail Wait Did I get a level up Because I doinq Yes 3 wie hast du schon gesagt ich hatte zu tun ja das schiff musste weg siehst du hast auch nicht das schiff gekillt das geile an der shop modus man sieht ja noch mal wo gegner sind ja stirbt ich habe meinen schlüssel ich liebe es ab und zu mal mit dem schlüsselbild zu machen ja stimmt du auch ich habe abo modifikation bekommen ja es ist nämlich schon v2 schon normalerweise benutzt man das auch zum sniper und er benutzt das so zum schießen was ich wäre wer der spieler ne scheiße wächter die köpfe ein gärten nach der deswegen sache ich habe wenn ich eine beschwerde drüber höher dass die waffe gelähmt ist ich bring euch um ich bin ein bisschen auf amok also Gibt es hier Ammo? Nö, habe ich Ammo? Nö. Ach, ist das jetzt nicht schon in so einer Arena-Konfer? Aber, warte mal, ich muss mal, äh, wo ist es? Das dritte Waffe, um mir Dinge zu holen. Ja, du bist lustig! Schmelzgewehr, ich fange Dual Rector. Bitte? What? Ja, ich musste mein Arsenal mal kurz machen. Du, meine Dual Raptor? Natürlich, die gehört auch mit in meinen 3er Arsenal. Ich kann mir nur ein 3er Arsenal machen und du hast auch meine dritte Waffe mit drin. Nö, ich brauche endlich mal eine Waffe, wo ich Ammo drauf habe. Sehe ich gar nicht ein. Doch. Da, jetzt hast du schon wieder die dritte Waffe. Ganz einfach, weil du schon das Schmelzgewehr hast. Ich habe aber keine Ammo. Hast du Pech? Bäh. Hä? Ah, jetzt kommt es. Ammo, Ammo, Ammo. Oh my god. Could you please stop running away? Becken die. Nöp. So. I hate you. Whee! That's why I hate you! Must be the reason I am king of my castle. That's why I hate you. You son of Bobby. Wow, ich habe sieben Schuss. Ich bin derjenige, der zu schlecht tun hat. Ich habe Zufuss, das lohnt nicht. Also komm runter. Ein Schiff, das die kleinen Viecher ausspuckt? WTF? Dafür wird extra Transport angeordnet. Du oder ich? Mir lachst. Warte, warte, warte. Du kannst gehen. Das sieht so aus, als kommt von überall was. Ja, ist auch so. Ach, das sind die kleinen Viecher, deswegen einmal Strommod. Hey, habe ich an. Aber so brach, dann haben wir mal. Und erster Scheinwerfer ausgerichtet. Bling. Oh mein Gott. Jetzt kommt das zweite. We did it. Wee. Bad taste in my mouth. Shellshock besiegen. Jetzt kommt der erste Shellshock. Der erste Shellyshocki. So, das heißt, Ammo kaufen. Ups. Knapp. Wir können uns frieren holen. Gerne. So, welche Waffe? Warte mal, meine Raptor, ich glaube, die ist momentan mit Schock sinnvoller. Die auch nicht, aber die hier wird ja noch mir gehören. Da würde ich ganz, glaube ich, ganz gerne Frost einbauen. Okay. Damit kann ich die Gegner nämlich noch ein bisschen weiter in Schach halten. So. Du zuerst. Ich trau dir zwar, was das angeht, nicht, aber... Ey. Ich trau dir, was das angeht, zwar nicht, aber okay. Keine Ahnung, ich warte immer noch ab. Echtzeitlich. Okay. Dann let's go. Ich hab nicht vor, in diesem Warp-Schutz-Lander durch zu sterben. War auch ein bisschen peilig. Shell-Schrott! Ui! Hat er mich grad Dienstlädchen genannt? Keine Ahnung. I am not Sakuya! I am not freaking Sakuya! Aua! So, wie ihr seht, ihm gefällt mein Schmelzgewehr sehr gut. Und tschüss! Und Eastgun. Du hast Schaden genommen. Fuck! Das hat uns einen Style-Punkt gegeben. Ja, der hat mich auch noch mit so einer Rakete anwescht. Mach er nicht. Wow, Schiff, Schiff, Schiff! Oh, fuck! Der Schiff spielt bemerkt. Ey! Bam! Not the Schiff! Not the Beast! Huh? Not the Beast! What Beast? I don't know. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie sah meine Frostmutter eigentlich noch mal aus. Ich weiß nicht mehr. Ach! Ach so, ja stimmt, der hat immer so schön die Gegner eingefroren und am Bären, die macht schön Schaden eigentlich, der ist gut. Und ich habe jetzt nicht mal schon Gewehr auf Stufe 3. Yay! Und wie uns das alle freut. Ja! Ja! Grinten! Woo! Da muss er erstmal wieder reinkommen, das ist auch ungewohnt, irgendwie. Das Gute für ihn ist, ich habe hier kein Gewehr. Ja. Der hat mir aber auch nicht viel bringt, weil sobald wir wieder auf sicherem Boden sind, hat er es wieder. Haha.